Und meine eigene Schwester sagt mir kein Wort. Mir kein Wort. Vor allem deine eigene Schwester. Und warum sagt sie mir nichts, ha? Wieso, wieso verschweigt sie mir, dass sie was erbt? Verschweigt. Achtung du, ja? Psst, du hältst deinen Mund. Nicht, dass meine Schwester glaubt, ich würde in ihren Papieren wühlen. Ist nicht mein Ziel. Was? Ich schweige wie eine Tote. Maria geht zurück nach Portugal. Psst, nicht so laut. Du weißt es aber nicht von mir. Nein, ich sag nichts. Ist das wahr, Rosalia? Rosso übernimmt denn ihre Loge? Nicht möglich, aber man soll nicht drüber reden. Dann rede mit mir nicht drüber. Ich sag ja nichts mehr. Ah, dann lass es gehen. Ich weiß noch viel mehr. Die haben geherbt, sag ich dir. Mehrere Millionen scheins. Stell dir vor, eine Romäning am Platz von Maria. Nein, nein, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hören Sie mal, dann können Sie sich das vorstellen? Was? Was für ein Unsinn. Wenn José weggeht, wirst ich wohl als erster davon. Nein, weil es doch geheim, Monsieur Caillou. Ich sag's nur Ihnen, Monsieur. Nicht weitersagen. Also, da hätten wir momentan, wollen wir mal sehen, 23.500 Euro. Das haben wir durch die Riberes ungefähr eingespart, allein im letzten Jahr. Solche finden wir nie wieder. Also sind wir uns alle einig, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Sie hierbleiben. Ich hab da schon eine Idee. wenn man mir Miree oder Jungen führt balm. Ich schenke dich. Das ist eine Riberes über dein Nœhn.